Ich bin Emil und bin 6 Jahre alt und hat einen Katapult gebaut. Und zeig mal, was hast du da benutzt für? Zwei Wäscheklammern oder eine Wäscheklammer? Zwei Wäscheklammern, ein Gummi und ein Holzbrett. Und wie schießt du damit das Männchen ab? Wie klappt das? Zeig das mal in die Kamera. Also spannst das nach hinten und schießt das dann in die Richtung ab. Und das klappt ganz gut? Schon mal getestet? Ja? Und wie weit ist es geflogen? Weißt du das? Aber weit bestimmt, oder? Super, dann testen wir das jetzt nochmal, ja? Alles klar. Da kommt man ja davon.